Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind raus hier aus Gorguat. Es fehlt ein Wissensstein. Aber wir können ja nochmal reingehen, ganz kurz. Aber ich glaube, wir werden den Zoo nicht finden. Wir werden wohl... Da ist ein Wissensstein. Ja, um den zu finden, werden wir wohl tatsächlich dieses andere Talent noch nehmen müssen. Was ist das? Schicksalsfindung? Ne, Talent nicht. Schicksalswendungen? Auch nicht. Was war denn das jetzt? Wissenssteine? Nein. Ach doch, bei Talenten. Doch, das Talent war richtig. Sinnesschärfe müssen wir wahrscheinlich skillen. Damit finden wir dann vielleicht auch irgendwelche verborgenen Schätze und verborgene Türen vielleicht auch. Geheimtüren. Hier, da müssen wir wahrscheinlich so weit erstmal sein. Geheimtüren. Dann werden die, okay, auf der Umgebungskarte angezeigt. Also hier auf Stufe 1 kriegen wir noch gar nicht so viel, oder? Gegner und andere Charaktere werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Ja, okay. Und erhöht die Menge an Gold, die du bei der Erkundung der Welt findest. Verborgene Schätze werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Und werden sichtbar, sobald du dich ihnen näherst. Erhöht, erhöht außerdem die Menge an Gold, die du bei der Erkundung in der Welt findest. Das wäre auch gut. Und Meilenstein. Hier, also eine Schärfe. Die Blickrichtung von Gegnern wird auf der Umgebungskarte angezeigt. Ach so, das ist ja auch praktisch. Erhöht die Menge an Gold, die du bei der Erkundung der Welt findest. Dann können wir hiermit Fallen entschärfen, aber das ist das alles nicht. Ich meine, ja genau, das ist das hier. Geheimtüren werden auf der Umgebungskarte angezeigt. Ja, und sonst, wie finden wir Geheimtüren auf der Umgebungskarte? Na gut, aber dann müssten wir doch hier auch irgendwie Geheimtüren finden schon, wenn wir da aufmerksam sind. Also wir sind reingegangen. Damals sind wir links gegangen, diesmal gehen wir rechts. Ja, also hier lang. Naja, also hier waren wir doch auch schon. Naja, und wie ich in der letzten Folge schon festgestellt habe, man verläuft sich ja nicht hier. So ein wirkliches Labyrinth ist es nicht. So ein wirkliches Labyrinth ist es nicht. Ja, schön. da waren wir ja überall klar dass das ding dieses fenster den dann sprechen wir noch mit hall am dem weißen ja ganz klar also irgendwie muss man da noch unten runter kommen das sind ja auch welche klar wie da ist wasser wenn wir jetzt einmal irgendwie seine geheimtür finden und wissen wie die aussieht dann wäre uns auch schon mal geholfen und 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 Ja gut, hier geht es auf jeden Fall schon mal etwas runter. Da geht es noch weiter runter. Dann müsste das ja fast hier sein. Auf dieser Ebene zumindest. Ja genau, wir waren da oben. Wir haben hier runter geguckt und da waren wir. Da war doch auch der Wissensstein, oder nicht? Aber hier waren auf jeden Fall Bogarts. Nee, das war woanders. Hier haben wir nicht runterge... Das war hier nicht. Aber so? Oh, das sieht mir hier aus wie... Hier müsste irgendwas sein. Vielleicht können wir das noch nicht öffnen. Oder es gibt irgendwie einen Trick. Diese... Diese Lampen hier, die sehen ja auch so merkwürdig aus. Warum sind hier so komische Lampen? Vielleicht kann man damit irgendwie was machen? Das scheint mir so ein umgekippter Baum zu sein, in dem wir jetzt gerade stehen. Waren wir da oben? Nee, nee, nee. Da stand ein Baum und so. Das war nicht hier. Da stand ein Baum ganz nah an... An dem Abgrund da oben. Ach, das hat hier keinen Sinn. Vielleicht ist das so ein Trick von den Fänen. Dass die da irgendwas verschlossen haben. Dass das dann erst später geöffnet wird. Hier ist auch kein geheimer Durchgang oder so. Nein. Ja, genug gesucht. Was heißt genug gesucht? Ich meine, wir haben alles hier durchsucht jetzt. Es wird eine Geheimtür sein und wir haben noch keinen Schimmer, wie das läuft so mit den Geheimtüren. Könnte hier alles sein. Auf jeden Fall da oben. Ach, da ist der zum Greifen nahe. Ja. Da muss man jetzt irgendwie raufkommen. Also doch oben. Ja, aber diese, diese Boggarts, die waren unten. Ich vermute, irgendwo einen versteckten Knopf. So etwas, das werden wir wahrscheinlich echt gar nicht finden, ohne... Ohne diese... Ohne dieses... Talent. Na, könnte ja sein, dass hier einer von diesen komischen Köpfen irgendwas zu bedeuten hat. Warum... Wurde sich da die Mühe gemacht, hier so Köpfe reinzustellen. Vielleicht hat das ja irgendwas damit auf sich noch. Oder kann man von hier aus sehen, wo das da oben hingeht? Ist da eine Tür hinter oder so? Aber wir können ja auch nicht auf irgendetwas schießen. Ja, diese Sinne brauchen wir. Und dann denke ich, werden wir das öffnen können. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt überhaupt... Selbst wenn wir wüssten, wir... Also hier vermute ich ja mal... ...dass hier so irgendwas ist. Hier. Da sieht man es ja auch oben auf der Minimap. Aber ohne unsere... ...unser Sinn, Talent... ...geschärfte Sinne oder was, dann werden wir... ...setzt wenn wir ganz genau wissen, dass da was ist, werden wir da gar nicht reinkommen. Bestimmt kann man das dann erst öffnen. Okay. Ach nee, das hat keinen Zweck. Das ist sinnlos hier. Sinnloses Rumgeirre. Und die sind blau? Das wäre auch noch interessant, wenn da so eine... ...Verbindung bestehen würde. Ich kann nicht anders. Ich muss noch mal gucken jetzt. Hier haben wir... ...den Schutz abgeschaltet. Nee, doch nicht. Das ist total merkwürdig, dass da unten noch was ist. Und ein Fluss ist da sogar... Also an einem Fluss waren wir auf gar keinen Fall. Nicht mal an einem Bach. Ich glaube nicht. Und ich bin... ...ich bin... ...wegig. Und dann Steff. Ich bin... ...zuw... 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 ach moment mal das ist das hier standen wir drunter hier standen wir unten das ist das und haben gesagt hier muss es doch einen weg geben geheimen weg also ja genau warum sind da oben blaue lampen wo kamen wir denn jetzt her hier geht es in beide richtungen hier geht es auch nicht weiter hier sind blaue lampen das sieht mir doch aus wie ein eindeutig sieht mir dass sie aus wie ein durchgang geheimer blaue lampen sind da oben auf der minimap sieht das irgendwie total abgeschnitten aus an der stelle denn ansonsten sieht es mir so aus als ob diese blauen lampen immer nur da wären wo man durchgehen kann sonst sind die doch hier nirgends zu sehen oder wenn das eine tür ist wird die vielleicht irgendwie anders geöffnet ja da ist auch so eine blaue lampe einfach so nur und und Das sieht aber schon bezaubernd aus hier alles. Oops. Na ja dann. Achso. Na wenn wir raus wollen. Dann sollten wir auch den richtigen Ausgang nehmen hier. Na gut. Dann bedanke ich mich nochmal an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Okay, in dieser Folge haben wir stur wie wir sind nochmal versucht, hier im Gorguat da noch einmal den letzten Wissenstein zu finden. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.